Der Reiniger wirkt nicht sonderlich tragbar. Nein, aber die ist tragbar. Eine Parfumflasche? Ja, nein, klar, es ist eine Parfümflasche, aber da drin ist eine konzentrierte Dosis meines Allzweckreinigers. Diese Spray sollte für die nächsten zwölf Stunden halten, bevor seine chemischen Bestandteile in eine Reihe Stoff zerfetzender Enzyme zerfallen. Sehr wahr. Was zur Hölle ist das? Was? Ja. Sorry, ich dachte, ich hätte eine Tarantel gesehen. Okay. Emmett, hast du eine Sekunde? Klar, ich habe sogar mehrere. Ähm. Sag mal, du und Edna, ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, 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 ich meine... Ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Bist du sicher, dass Edna die richtige Frau für dich ist? Was meinst du? Ist sie nicht ein kleines bisschen beherrschend? Beherrschend? Edna? Nein, 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 nein. Sie gibt mir nur die nötige Führung. Bevor ich sie traf, war ich ein totaler Wirrkopf. Ich ließ mich von jeder Idee, die mir in den Kopf kam, ablenken. Aber jetzt, dank Edna, kann ich mich auf die nötigen Aufgaben konzentrieren, wie ein kurzwelliger Strom stimulierender Photonenstrahlung. Ähm, ähm, Konzentration. Ist dir nicht ein kleines bisschen kühl? Lass dich nicht von ihrem Äußeren täuschen, Junge. Edna hat genug Feuer, um einen Liter Wasser ein Sekunden zum Kochen zu bringen. Wenn du verstehst, was ich meine. Alles klar. Das ist gar nicht nötig. Ich weiß nicht. Ich denke nur, dass Edna ein bisschen gefährlich sein könnte. Das sehe ich auch so. Wirklich? Wie alle unabhängige Frauen ist sie eine Gefahr für den patriarchalischen Status Quo. Das liebe ich so an ihr. Sie bringt Dinge in Bewegung. Wenn du wüsstest. Okay. Ich denke nur, dass du vorsichtig sein solltest. Danke, aber mach dir um mich keine Sorgen. Sag mal, zeigst du diesen ganzen neuen Kram bei der Expo? Ja, das ist unser mentale Affinitätsmesser. Mentale Affinitätsmesser? Ja, das wissen wir doch schon. Ich dachte, du arbeitest an irgendeinem Raketenauto. Das Raketenantriebssystem war nicht zu realisieren, wie er der Vorfall mit Einstein zeigte. Ach ja, was ist eigentlich mit Einstein? Ich wünschte, ich wüsste es. Bevor Edna und ich uns näher kamen, hatte ich an einer alternativen Antriebsmethode gebastelt. Unsere Gespräche über die Möglichkeit, moderne Technologien bei gesellschaftlichem Fehlverhalten einzusetzen, hat meine Forschungen in eine völlig neue Richtung gelenkt. Okay. Was ist ein mentale Affinitätsmesser? Das ist wieder auch schon. Das weißt du nicht. Das ist die größte Erfindung seit der Egriniermaschine. Und was macht er? Er liest und wertet die geheimsten Wünsche des menschlichen Geistes aus. Warum willst du die Gedanken der Leute lesen? Nun, stell dir mal vor, Erkrankungen des Gehirns per Knopfdruck zu diagnostizieren oder herauszufinden, ob ein Zeuge im Gerichtssaal die Wahrheit sagt, indem man ihn an ein kleines Gerät anschließt. Das kann deine Maschine? Noch nicht. Im Augenblick ist es nur ein verbessertes Potentiometer. Aber mit den Jahren der Forschung und einer Menge Investoren wird der MAM in der Lage sein, unzählige Psychosen und Neurosen zu erkennen. Alkoholismus, Höhenangst, Oedipus-Komplexe. Und? Tja, und damit ist das alles heilbar. Natürlich. Ist das so, ja. Egal. Ähm. Was ist mit den neuen Klamotten? Wie fallen sie dir? Du siehst aus wie Colonel Sanders. Wer? Ah, unwichtig. Edna hat sie mir gegeben. Sie sagt, meine übliche Kleidung hätte zu wenig Pfiff für eine Expo. Okay. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und... Schon klar, du hast zu tun. Wie läuft es denn mit dir und deinem Vater? Mich wundert, dass er dein Labor noch nicht abgerissen hat. Er ist immer noch sauer und droht mich aus seinem Testament zu streichen. Doch ich hoffe, das gemeinnützige Potenzial meines mentalen Affinitätsmessers überzeugt ihn. Okay. Achso, hatten wir schon. Wie fallen sie dir? Du siehst aus wie... Edna hat... Du willst wirklich nicht mit ins Kino? Der Film würde dir sicher gefallen. So merkwürdig es klingt, aber ich habe wichtigere Dinge zu erledigen, als mir einen Film anzusehen. Oh oh. Ich denke einfach, dass Edna nicht die richtige für dich ist. Oh, und für wen ist sie die richtige? Für dich? Für mich? Nein. Ganz ruhig. Das war doch nur ein Witz. Hast du eine Gedankenkarte von dir angefertigt? Natürlich. Sie selbst. Edna hat recht. Du bist wirklich ein Musterbürger. Zumindest, wenn man meiner Erfindung glaubt. Unter uns gesagt, dieses ganze Unternehmen ist meiner Meinung nach Hokuspokus. Keine echte, ernsthafte Wissenschaft. Hm. Hm. Ja, Tchua. Ähm. Kannst du mir nochmal sagen, wie dieser mentale Affinitätsmesser funktioniert? Natürlich. Pass auf. Die Testperson setzt den Gehirnvermessungshelm auf, den ich mit diesem Knopf aktiviere. Kapiert. Die Person wird visuellen Reizen ausgesetzt, die negative und positive Reaktionen hervorrufen, die dann von einem Gedankenkartendrucker aufgezeichnet werden. Richtig. Vollständige Gedankenkarten werden in den mentalen Affinitätsmesser eingegeben und somit der geistige Zustand der Person beurteilt. Okay. Jetzt habe ich's. Okay. Du siehst beschäftigt aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Was macht diese Schreibmaschine nochmal? Während des Affinitätstests empfängt sie Daten vom Gehirnvermessungshelm und wandelt sie in Lochkarten um. So wie die von Mr. Tennant dort drüben. Klingt kompliziert. Eigentlich war es sehr leicht, alles zusammenzubauen, nachdem Edna mich auf die Idee gebracht hatte. Klingt für mich, als würdest du an härteren Problemen arbeiten. Was? Ähm, tut mir leid. Ich muss weiter arbeiten. Also, diese kleinen Karten kommen in die Maschine rein und die sagt dir dann, ob jemand gut oder böse ist? So ungefähr. Der Helm erledigt die ganze Arbeit. Der mentalen Affinitätsmesser ist nur ein verbesserter Spielautomat. Und wozu das dann alles? Edna sagt, dass Menschen Blitzlichter und schnelle Urteile mögen. Ich kann da nicht widersprechen. Immer wenn ich Edna küsse, sehe ich blitze und verliere mein Urteilsvermögen. Du machst Witze. Okay, okay, okay. Entschuldigung, darf ich? Natürlich! Ein Hooligan. Das muss Mr. Needleman's Karte sein. Die kommt in den Stapel zu den anderen Rowdies. Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Bis jetzt etwa 90% von Hill Valley. Das ist leicht verstörend. Ja, okay, gut. Ähm. Tja. Das haben wir. Plattenspieler. Oh. Oh my god. Oh my god. Das kriegen wir schon hin, dass der negativ wird hier. Sehr schön. obwohl in einem moment das war ja, das ist hmm, okay um gottes willen so haben wir das ventil mal wieder zu naja hier stinkt es auch so schon genug na gut nein das hätte ich gern positiv so muss das klingen jetzt muss ich so umgehen mach es doch zu gestank plus mehr gestank ergibt vermutlich auch gestank ja aber du sollst es doch zumachen ich möchte dass es zugeht das riecht schon besser jetzt schauen wir mal was rausgekommen ist hier gedankenkarte das ist schon ziemlich mies aber sie sollte an kettinens karte rankommen ja Gut. Foto von John Wilkes Booth. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen!